Auf geht's nach Nepal und damit. Hallo und herzlich willkommen, YouTuber und Commanderkrieger und herzlich willkommen zu einer Runde Overwatch. Mit dabei ist der Solution. Damit ordentlich produziert. Jawohl, moins ins. Dann haben wir den Niggas mit dabei. Metal-Leute. Dann haben wir Basti mit dabei, unseren Top-Supporter. Moin. Dann haben wir einen Solution mit dabei. Den haben wir schon. Despen haben wir auch noch mit dabei. Der kam jetzt geil. Der ist dabei, Despen. Ja, moin. Und, moin. Und, moin. Ja, hallo. Moin, moin. Feine Tanks haben wir Leute. Wir brauchen noch einen, äh, auf jeden Fall einen Tank. Ja, was bin ich denn? Amina. Winston, Digga. Ein Double Winston willst du sehen, oder? Ah, D-Map ist auch geil, Mann. Ey, komm, geh weg. Ui. Double Tracer, Bro. Ich geh auch mal wieder spielen. Wo hast du eben 40 Kills gemacht? Übrigens, ja. Äh. Ich hab noch nie so viel gemacht. Ich hab noch nie, äh, 30 gemacht. War auch mein Rekord. Ey, ich hab 42, Danny. Echt? Ich hab 42. Soldier. What? Ja, man. Ja, vielleicht gibt's so ein Spiel, wo Kiya besser als ich. Overwatch. Easy. Moin. Nachsonder gibt's hier, guck mal. Mann. Hast du die Nachsonder gesehen? Digga. Was ist noch los mit dir, Kay? Hier, ihr dürft auch schießen, ne? Ja, der war doch ein Ulti. Oben, erster Kill, Leute. Was soll das denn hier? Alter, der hat mich one-shotet, der, äh, ging die. Tracer von rechts. Ich hab schon wieder ulti. Nice. Also irgendwas vermisse ich an euch. Ich weiß nicht, was das ist. Wie? Den Support zum Beispiel. Also für mich kriegst du übelst den Support. Ja, frisst. Boom. Ob der sich heilt, alter, das ist ja nicht. Ja, das tot ist, ne? Gute deutsche Wertarbeit. Was? Digga, hinter dir. Äh, ich geh mal weg. Ja. Woops. Oh, geh weg, Genji. Ich kann mit rein, das nicht spielen. Ich spiel jetzt Ong Ong. Nein, Ulti gewastet. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kleiner komm ich nicht auf da. Ich fack mal auf. Einmal ab. Springs hier? Sag. Hopp, springt das Schweinchen. Oh Gott. Ein HP hab ich, ne? Oh mein Gott, bitte lass mich nicht sterben. Oh mein Gott, ich lebe das. Oh ich will. Oh ich will. Ein HP. Der Boss. Und wie du sagst. Ich will nicht weg, aber du sagst. Oh, Wideome reinkert wie du sagst. Oho. Oho. Und Genji jetzt? Ah, okay. Da wollte er gerade, weil er nicht gefällt. Okay. Machen wir einen Tropfen neben dir. stehen also so das hatte jetzt schon wieder dagegen aber ratzfatz ist too easy aber hier mal ich auch gut da vorne geht gar kein kill gemacht glaube ich soll man mal die mei spielen ja ja die mei ist halt gut auf solchen dingen wo die halt in so einem raum rein das schön hier rein hier mal eine schneemann schnee besser überhaupt was soll das sein hier nee roboter die kugel hier das ist übrigens das bin ein jetzt wo schnee zu ist das jetzt so steht so sehr gut hier noch mal für das kann ich jetzt keine ähnlichkeiten doch finde ich finde genauso gehst du ab bin ich jetzt gar nicht so wir sind drin deswegen ja lächerlich lächerlich hallo ich kriege nicht umsonst ein ich habe arbeit der arbeit von weeper hatte schon zweimal probiert nein also hat mich gewohnt hatte weil ich scheiße die kugel doch auch weiter ohne scheiß alter jetzt haben wir so ein mungo ich habe wieder die schätze herrnig rein ja dieses fähren kacke geben im sack heute sind wir alle soldaten jetzt wird's massiv und leute da vorne da wieso haben die zwei reaper und zwei mit dem selben skin dann brüder das sind brüder das sind brüder ok das ist gut das sind brüder wieder vornehmen hier natürlich nur mich ich hab keinen bock mehr er wird nur für mich ulti keiner war da außer ich ich war auch da ich hasse reefer manchmal echt die kleine eichel ich sehe nicht wir haben es fast geschafft auf der heilung hier drin ist heilung vorne sollen ruhig kommen jawohl und wiederholen das war der gerade der kriegst mega viel leben was noch und kann nicht weghauen so ähnlich wie die vom rote wir müssen dann wissen wir zusammenlaufen ja lass uns warten wir da sind ich stehe die ganze leute dinge ich stehe die ganze leute dinge hier läufst du die ganze zeit dagegen oder ist spaß ich bin gleich da wenn die rechts von dir ist ein reaper ja ich weiß nicht nur wie ich das wie ich das handeln soll unbossig anna boah hier ist so viel action ne richtig ramba ich hab grad die ulti ich schwör ich hab mich neu gefüllt die mcree ulti sind ja scheiße so schlecht so schlecht alter schwede du hast die druckwelle gespürt alter schwede warum nach mir was ist passiert rein 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 mann mach es und gut a piece day gut ist der nächste geil die kommen alle nacheinander das ist natürlich nice und nice geht recht nice ruhig wie kehrt weiß ich weiß ich weiß ich 30 ja so wen kimmiert sich er da ich weiß ich ja wir wissen wir alle was das war da war ich nicht ja und die war es auf jeden fall nicht für denny ja ich hab dir gemacht und nichts ganz noch gegeben die weg pro davon das war wieder eine kleine runde ich hoffe es hat gefahren